Servus liebe Leute und herzliche Willkommen bei MiniParadise zu einem neuen Video hier bei uns auf dem YouTube-Kanal. Und ja, ich entschuldige mich erstmal bei euch, dass ihr so lange nichts von uns gehört habt. Aber wir waren leider ein bisschen zeitlich eingeschränkt mit Arbeiten und so weiter. Aber es kommen jetzt bald ganz viele neue Videos für euch. Und den Anfang machen wir mit einem Turnier-Report von unserem nächsten Turnier hier in Kassel, in Vellmar. Nämlich das erste 40K-Turnier findet jetzt bei uns statt. Und ich zeige euch mal ganz kurz die Location, weil wir sind aktuell noch damit beschäftigt, ein bisschen aufzubauen. Und ja, so ein kleines Orga-Team ist heute da. Und wir haben jetzt schon mal alles vorbereitet, aufgebaut und so weiter. Letzte Vorbereitungen finden statt. Morgen beginnt das Turnier. Also wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Und da sind zwei, drei Leute. Ich nehme euch mal kurz mit. Und zwar haben wir... Ich schalte mal die Kamera um hier. Einzigen. Timmy muss morgen... Also Timmy ist unser MPD-Flaggschiff morgen. Der muss nämlich morgen ran. Dennis, Orga-Team für morgen. Malo ist ein bisschen kaputt heute. Multi-Stecker. Multi-Stecker. Ja, Nils und Marcel. Marcel in gewohnter Pose. Unser Organisator. Dann lösst du dich immer, auch wenn ich einmal vor dem PC sitze. Ja. Echt? Immer schwer beschäftigt. Wie immer. Malo. Komm her. Ja, Leute. Wie ihr seht, wir haben jetzt schon mal alles aufgebaut. Es ist eine neue Location. Wir fangen klein an. Hier seht ihr die wunderbaren Spielfelder hier. Können wir mal kurz drüber gehen. Und natürlich, wie ihr das vom AOS-Video gewohnt seid oder wart von dem Report, wird es morgen auch einen wunderschönen Turnier-Report geben. Und ja. Alles Weitere kommt dann natürlich im Video. Wir werden auch dieses Hashtag Würstchen-Ding dann mal irgendwann aufklären. Es wird morgen viele, viele Interviews wieder geben für euch. Wir werden die ganzen Spieler natürlich auch mal wieder befragen. Und ja, dann freuen wir uns natürlich auch in Zukunft wieder schöne Battle-Reports zu drehen, weil wir müssen echt mal wieder ran, ne? Ja, so ran. Nächste Woche machen wir beide. Ja. Manu, wir auch. Einmal gegen alles. Einmal gegen alles. Einmal gegen alles. AOS geht nächste Woche weiter. 40k geht auch bald weiter. Ich kann nächste Woche auch werden. Manu, drehen nächste Woche. Oh. Guck mal. Manu guckt sich gerade sein Lieblingsmodell von 40k an. Der steht richtig auf Nights. Ja. Nein, also wir geben wieder Gas für euch und versuchen jetzt ein bisschen regelmäßiger wieder Videos zu bringen. Aber wir kriegen das auch hin. Auf jeden Fall. Ne? Aber so ist das halt. Du kannst dich ja entschuldigen. Eigentlich wollte ich mir am Montag was aufnehmen, weil du warst leider krank. Ja. Man hört es ja noch. Es ist, wie es ist. Ganz einfach. Mini-Paradise hat viele Projekte. Jetzt haben wir wieder gerade ein 40k Projekt und danach geht es mit YouTube ganz normal weiter. Genau. Sonntag schon. Sonntag schon. Ach, genau. Sonntag. Gast? Gast sind wir bei uns. Ja. Wir verraten aber auch nicht wer. Und auch nicht wen. Und auch nicht was wir hier spielen. Wir verraten gar nichts. Sehr, sehr gut. Ja. Sonntag schon. Mein Arm wird langsam lahm. Haben wir eine neue Herausforderung. Jemand hat mit dem Paradise Team herausgefordert im AOS und Manuel und ich werden dem wieder entgegentreten. Haben natürlich die Herausforderung. Wieder gewinnen wäre falsch. Wieder gewinnen wäre falsch. Ja. Weil. Diesmal spielen wir aber nicht gegen einen Turniersieger. Wisst ihr ja nicht. Wissen wir nicht. Aber er wird auf jeden Fall nicht im AOS gewinnen können morgen. Oh. Das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage. Oh. Das ist aber eine Ansage jetzt. Wenn er jetzt verliert. Morgen kann er nicht in AOS gewinnen, weil morgen vor die Hegel gespielt wird. Da hat der Marcel leider vollkommen recht. Echt? War das jetzt so? Ja. Das war so. Ach mein Gott. Jetzt habt ihr auch eine Erklärung dafür, warum wir so wenig Videos geliefert haben in letzter Zeit. Ja. Freut euch auf das Video. Wir versuchen das nochmal ein bisschen zu verbessern. Also ein paar andere Sachen machen. Und. Ja. Dann schaut euch das einfach an. Kommt in den nächsten Tagen wieder hoch. Ich werde wieder Gas geben mit dem Hochladen. Wir machen ein paar schöne Interviews. Morgen? Ja. Ja. Mein Arm wird lahm. Wechsel den Arm. Morgen. Guck mal. Was ist los? Ach so. Sonst wechsle ich auch immer den Arm. Komm. Was ist los? Machen wir mal so. Guck mal. Wir haben was wir zu bieten. Wir haben Turnierreport morgen. Sonntag Gastspiel. Nächste Woche AOS. Einmal gegen alle Season. Also. Nächste Woche hat's in sich. Ja ja. Wir wollen mit euren. Und. Ja Kai kommt auch bald mal wieder. Also auch Grüße an den lieben Kai. Hey Kai. Ähm. Wir beide müssen mal wieder drehen. Und wir beide müssen auch mal wieder drehen. Oh ja. Wir haben auch was vor. Oh ja. Also AOS, 40k, alles mögliche machen wir. Wir müssen mit jedem drehen. Außerdem sollte ich mal abstimmen, ob ihr mal Videos mit mir jetzt haben wollt. Oh. Ah. Ich wäre dafür. Ja. Okay. Wir wollen das nicht weiter in die Länge ziehen. Leute, wir freuen uns auf euch morgen, die hier zum Spielen kommen. Und. Fahrt vorsichtig. Kommt heil an. Und. Natürlich an alle Zuschauer auch die besten Grüße. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Bis jetzt wieder neue Videos kommen. Wir haben euch lieb. Und dann sehen wir uns bald wieder. Hier bei uns auf dem YouTube-Kanal von Mini Paradise. Bis bald. Juhu. 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 Vielen Dank.